Es hat mal relativ durchwachsen, hätte einen Tick besser sein können. Zu viele Formschwankungen, das sieht man ja auch in der Tabellensituation, dass nicht optimal so lief. Ja, auf jeden Fall der Klassenhalt in der Saison und ich bezahle jedes Jahr dann das Mittelfeld. Ah, da gibt es nichts mehr. Ich bin kein Alter, da ist alles okay. Ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich werde mal den Titel geholt haben, den WM-Titel auf jeden Fall. Erneut den Titel, also den WM-Titel. Schaffen Sie das mit der Mannschaft, wie es jetzt aussieht? Ja, natürlich. Es ist auch eine Turniemannschaft, gewissermaßen. Ich denke schon, dass sie es schaffen. Bis zum nächsten Mal.